Hallo liebe Krefelder, heute ist es endlich soweit und der neue Verkehrsspot wird vorgestellt. Und ich durfte dabei sein. Danke erstmal an alle, die beim Dreh dabei waren. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Spot zeigen, wie wichtig es ist, im Verkehr immer zu 100% aufmerksam zu sein. Also viel Spaß bei der Premiere und viele Grüße aus Pittsburgh. Euer Christian.